Uff, da war die letzte Folge wohl etwas länger als ich dachte, sorry. Ja, aber ich dachte halt wirklich, dass die Folge, weiß ich nicht, ca. 5 Minuten halt kürze ist, als es geworden ist. Aber naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir haben mehr Spaß mit Susi! Und wir waren hier stehen geblieben. Hab mir dann doch gut, dass ich mir gedacht habe, dass ich das lieber in die nächste Folge packe. Denn wir fangen jetzt weiter an, machen wir jetzt weiter mit 3S. Der Preis ist heiß. Ich kann noch andere sagen, die heißen. Oh, Kai. Äh, Kai, was? Was hab ich? Kai? Okay. Ich würd geil sagen. Oh, nice. Die ersten haben wir schon mal. Oh, wir müssen uns selber doch nicht ernsthaft so öfter machen. Doch, wir müssen uns selber sehr oft machen. Na. Also wir haben ja gerade den dritten bekommen. Okay. Okay, das ist doch ein sehr nerviges Level. So was find ich einfach nur richtig grottig und langweilig und nervig. Warum? Liebe Entwickler war ein. Jetzt sag ich jetzt aufkicken, so. Okay, richten wir uns in der Mitte. So, mit Tisch. Mit Tisch. Zack. Irgendwie so. Hier. Müsste es gewesen sein. Richtig? Ja, okay. Ja, dann haben wir auch schon eines eigentlich alles. Dann gibt's ja noch überall Coins. Und dann so ein Bonus-Shit. Den wir dann halt nicht brauchen. Oh. Und das war's wieder. Das war ja richtig kurz, nicht mal zwei Minuten. Und wir haben schon das Spezial-Level durch. Irgendwie kommen mir die vor, als wären das irgendwelche richtig komischen Minigames. Das ist einfach nur so... Ja, ich dachte eigentlich, dass wenn du richtig krasse... Oh, Sternkram 3 verschaltet. Ja, das wären so richtig krasse Spezial-Level, die so wie auch ich es ein und die dir richtig reinhauen. Das ist richtig in deinem Maul. Nö. Nur so, hey, cool. Klingt ein Bonus. Viel Spaß. So, weißt du. Egal. Welt 4, die vorletzte Welt. Außer die Geheimwelt. Das ist eine Bonus-Welt für mich. Aber die werden wir trotzdem machen. Fangen wir an mit 4.1. Schlag auf Schlag. Oh, die schöne Waldpussi wieder. Kennen wir noch, oder? Warte, doch. Glaube ich. Naja, wir haben mal. So, ich hoffe, wir finden alles im Versuch. Let's amazing. Boom. Okay. Und boom. Trampolin. Boing. So, wo ist denn der erste, äh, ne? Der erste Blaustern. Der muss hier doch mal irgendwo sein. Aha. Aha. Gutes Versteck. Okay. Checky, checky. Boom. Gibt's da mal ein Power-Up. Gibt's da mal ein paar Coins. Ich brauch die Coins, weil ich bin froh. Sehr oft gestorben. Was bist du für einer? Oh, Zwischenboss? Bam. Ich glaub, wenn ich ihn besiege, krieg ich sogar einen Blaustern, weil sonst weiß ich nicht. Was soll ich denn machen? Ankommen lassen, oder so? So. Wegschubsen. Ah. Ich hörte zu zertun. Wie jetzt? Ach so, sonst kann ich nicht weiter. Ach so, das hab ich eigentlich gesehen. Ich dachte, ich kann einfach weitergehen. Okay, sup, sorry. Hab ich mich gecheckt. So, du bist derbentun. Ich hab gesagt, du bist derbentun. Dankeschön. So. Oh, ihr habt da was gesehen. Oh, ist das? Oh, cool. By the way, das gerade direkt nach der Nippe oder auch. Ich hab das Gefühl, gerade laggt es ein wenig. ich nicht so cool ich finde die gesicht der ps liefern der zu ist kann wow und nein nicht so eine box ja gut das hat hier schon naja hätte ich schlimmer laufen können zum beispiel eine zeituhr alter ich dachte das werden so eine item box wo es überhaupt der zweite nein lass mich auch muss doch schnell das war super mickey maus da hast du recht ja dann habe ich jetzt auf mickey maus komm lass mich das ist super nice so So, was gibt es denn hier so? Coins, Coins, Coins ohne Ende. Uh. Hm. Oh. Mach ich jetzt was, um was... Falsch? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade alles geskippt. Na ja, mir ist es geil. Ja, okay. So, warte, vielleicht muss ich mich hier hochschießen lassen, um zurückzukommen. Ja, muss ich. Ey, wow. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich im Netz? Das Spiel schickt mir einfach vor. Ach so, hier war ich. Hier war ich. Ah, ah, aha. Ah, dann gebe ich mir die Coins. Ich brauche One-Ups. Oh, Coins. Münzen, geil. Nice. Explosion. Na, komm her. Kann man hier nicht kaputt machen? Nö. Kein Bock. Kann die. Hä, ich habe dich noch voll... Äh, äh. Cheetah. Cheetah. Seid, den zeige ich an. Oh, nein. Nein, das ist das Beste. Ja, schieb den anderen runter. Schieb den anderen runter. Das wäre nicht gut so. Wow, 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 wow. Bruder. Calm down, bro. Wie soll ich ihn gegen 2 auf einmal geschaffen? Könnte er eines da... Der wäre doch da gewesen. Das wäre zumindest da und so. Du auch. Weg mit dir. So, die Brücke baut sich auf. Und weiter geht's. Oh, nein, ist es hier. Oh, wir sind noch unten. Ich will auch gerne hoch. Aber wir müssen noch unten. Okay. Noch ganz heil überstanden. Keine Knöchel gebrochen, ganz gut, okay. Hi, ja. Ich habe bestimmt hier irgendwo noch so ein Secret-Swan-Up-Trad übersehen. Oh, na gut. Ich habe selber einen bekommen durch meine Münzen. Egal, brauchen wir doch sowieso nicht. Denn wir sind richtig gut in dem Spiel. Das brauchen wir nicht. Und ich... Ich bin zu krass. Für dieses Game. Okay. War auf jeden Fall ganz okay für die vierte Welt anfangen. 4.2. Kleiner Bummel. Oh, Einkaufsbummel. Ich bin bereit. Ja, der erste Film. Scrolling-Level. Nicht schon wieder. Denn die Scrolling-Level in diesem Spiel sind so fucking langweilig und langsam. Leider. Sonst ist das Spiel eigentlich großteils ziemlich krass und nice. Kostet aber meistens sehr viel. Deshalb würde ich auf dem Sale warten. Aber ja. Weißt du, ich finde den Preis von dem Spiel einfach ein bisschen viel. Ich meine, so viel bietet das Spiel jetzt auch wieder nicht. Finde ich. Kann man der erste... Ich rechne mich doch einfach. Come on, please. Der erste Stern herkommen. So, hier. Bist du ein erster Stern? Nein. Ich werde nicht, ich habe den überhaupt schon eigentlich schon... Ich kann nicht reden. Ich werde nicht, ich habe den schon verpasst. Es ist auch kacke, wenn ich einen wirklich verpasst habe jetzt. Och, Junge. Was bist du denn? Help! Ein Dämon! Wow, Hilfe, ein Dämon! Mehrere Dämonen! Hilfe! Bist du der Erste? Danke, Gott. Das ist der Erste. Gut gemacht. Du, 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 du. Du, 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 du Das ist kein Scoring hier, okay. Da 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 links! Wow! Oh mein Gott. Warte. Erstmal, aua, mein Hücken tut mir weh. Zweitens, da war noch ein Checkpoint zu pflücken. Ey, wäre da jetzt kein Checkpoint gewesen? Alter, nein! Nein! Was ich machen kann, Mann! Warte mal, wieder raus, Musik. Ich will ja raus! Ah, ah, ah! Hallo? Da oben ist was Cooles, was ich rabben will in meiner Collection. Wuh! Okay, wir haben's zumindest. So, jetzt noch überleben. Was ist das für eine Plattform? Eine ganz normale Plattform, okay. Wow, ist gut! Ja, ja. Das war ein bisschen langweilig gerade. Aber ich... Versuche, um wenig zu kommentieren. Außerdem ist hier das Ende. Und warte, ist das Ende? Warte. Warte, ich hatte was blaues Kürzen gesehen. Ja, da ist der Stern. Okay, es war ein ziemlich kurzes Level. War dafür nicht schlecht. Also, ja. Das war ganz... Oh, okay. Da, okay. Da, okay. Wie, wie, wie. Wie, wie, wie. Okay. Warte, warte, warte. Da. 4, 3. Das wird knapp. Oh, ja. Warte. Gibt's hier extra Level? Warte. Ne, in der Welt gibt's gar nicht viele Level, oder? Ja. Außer halt, die letzte Welt. Da gibt's halt nochmal... Das sind halt zwei Welten in einem, so gesehen. Aber egal. So, das wird knapp. Was wird denn knapp so? Oh, schon wieder so'n geiles Feel-Level. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut was war das nein ich muss mich nur deswegen ist egal nein nein ich sehe nichts es kommt immer näher so wetten schon wieder der erste stempelpass ja gut perfektes timing auf jeden fall jetzt mal ehrlich wo ist jetzt der blaustern und muss er jetzt mal kommen ich habe den auch locker schon verpasst man nein habe ich nicht okay es war schon der erste ja gut bin nicht mehr zufrieden habe ich kein problem damit habe ich noch ein problem ja ich habe ihn aber scheiße dass man sich entscheiden musste ehrlich so was mag ich einfach nicht gut das ist vielleicht jeder anders aber ich mag sowas einfach nicht ich kann niemals von den zwanziger stellen weg bei dem rothal da es war kein wirkliches pura hat doch mal die klappe und spiel mehr es ist zwar kein richtiges pyramiden aber es ist trotzdem eine coole idee ich mag das gefühl hat dass man eh nicht getroffen werden kann ok letzten folge und diese folge irgendwie suck ich richtig das tut mir leid ich weiß nicht woran das liegt was ist denn jetzt los was war die folge wird dann durch nun angestreckt jetzt spring ich bin nicht mehr an ja es ist so geht doch wo das ist schwer ist richtig wow 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 alter ja spaß richtig kett ja komm durch du wuuh neun oh äh ich hab kein zeit für den stunden schint spielen weg weg Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie brutal das aussah? Wenn ich jetzt wieder oben bin, dann cutte ich. Okay, ich seh uns gleich wieder. Okay, 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 bitte! Beendet es! Alter, ich habe so viele verflickste One-Ups liegen lassen, weil diese Passage richtig zackt. Ich hasse sie! Jetzt muss ich One-Ups Farmen gehen oder so einen Kackmann. Ich weiß ja, das wird das meiste für euch rauscutten. Und da ich es machen werde, haben wir noch Zeit für ein weiteres Level. Ja, so lange nehme ich es gerade auf. 4-4! In der nächsten Folge werden wir dann den Bosskampf machen. Hier, das ist der Bosskampf. Drehen und wenden! Zumindest mein größtes Level! Erinnert mich an die Supermaris-Hahnenschein-Level? Die waren eigentlich in dem Style... Halt doch einfach deine... Nein! Halt deinen Maul, man! Du kannst uns nicht spielen, du Kick! Ah! Sorry! Aber ich mag trotzdem diese Level! Okay! Und aus Ungarngründen sind gerade die Physik hier richtig scheiße! Äh! So wie jetzt die Mario! Sunshine oder was? Oh nein! Zehn Leben! Ich glaube, ich muss offline wirklich... Äh! Offscreen wirklich... Ein paar Lebenfarben gehen, Leute! Tut mir wirklich leid, aber... Äh! Was ich machen soll! Ich verzweifle gerade ehrlich ein wenig! Ah! Geil! 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 Äh! Das ist von Bonus! Äh! Ist ja cool! Jetzt freue ich mich aber! Das war so ein krasser Bonus, Alter! Huh! Zumindest ein Run-Up! Kann ich gucken, wir brauchen! Han, 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 Han... Na-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uh-uh-uh-uh-uh-uh! Nein, nicht diese Dinge aus Mario 3D World! Dun, dun, dun... One! Very good! Two! Three! Four! Five! Ja, gut. Mehr brauchen wir nicht. Wohl doch! wenn es aber jetzt ein blau stellen geht dann könnt ihr mich echt mal da bitte der erste blau stellen kommen das war der erste und war was ich guck nach nein das hätte ich tun soll aber der checkpoint oder hat die freundschaft und hier immer noch ein wenig kurz zurück weil ich ja da ist doch was das hat sich also nicht gelohnt ja da habe ich mich jetzt umgebrochen lalala lalala mein gott ich muss auf dem level auf jeden fall pause machen und ich wollte gleich noch den letzten kapitel stream machen ja zu der zeit wo ich es gerade aufnehmen ist aber jetzt wo ihr das video sieht es kapitel vorbei ja gut bis er die lc hat kommt aber müsste ja das ist nicht gesehen habt dann guckt es mal an geht mir auf das hell Nein, 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 nein. One up? Nein, aber ein Power Up. Na ja, gut, das wird ja auch gut gebrochen, schätze ich. Halt doch einfach deine scheiß Frisser. Was, 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 was? Ich dachte wirklich, da wäre was. Oh mein Gott, kein Power Up Gap ist hier, oh mein Gott. Oh, jetzt wollen sie es wirklich wissen, glaube ich. Hier, hier wollen sie es jetzt wirklich wissen. Oh Mann.